Bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also checkt das gerne mal ab, das ist der erste Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen Freunde zu diesem neuen FIFA 17 Video und ich bin leider immer noch ein bisschen verkühlt, aber ich werde trotzdem Videos für euch machen und zwar geht es heute um die Squad Billing Challenge Profi unter Liga Hybrid Nationen. Und falls ihr öfter sehen wollt, dass ich euch günstige Squad Billing Challenge Lösungen raushau, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und das ist auf jeden Fall das Team, das ich mir zusammengebaut habe. Stoppt einfach immer wieder, damit ihr dann seht, wie die Spiele auch genau heißen und ja, man bekommt für diese Squad Billing Challenge ein 25k Pack, die ganze Challenge kostet aber nur unter 10.000 Münzen. Ich habe ungefähr 7k bezahlt, also ich habe echt richtig viele Coins gespart, um genau zu sein, 18.000 Münzen habe ich mir da gespart. Leider habe ich in dem 25k Pack nur den Schweinsteiger gezogen, ist aber auch eigentlich ganz in Ordnung, aber natürlich haben wir trotzdem Verlust gemacht, aber man ist ja auch nichts besseres gewohnt mittlerweile mehr von EA meiner Meinung nach. Und ja Freunde, falls ihr mehr FIFA 17 Squad Billing Challenge Lösungen haben wollt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und bei meinem Partner MMOGA sind die PSN Cards gerade vergünstigt, also checkt das gerne noch ab. Und ja Freunde, ansonsten war es von meiner Seite aus, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, ihr könnt auch noch gerne Twitter abchecken, da bin ich jetzt ein bisschen aktiver und Snapchat ist beides in der Beschreibung verlinkt und ich blende es auch jetzt nochmal schnell ein. Und ja Freunde, das war es mit dem Video, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars!